Der Ritter ist auch wieder ein bisschen kaputt. Ich sollte einfach Kordo abends machen, um sie wieder zurückzurufen. Aber der braucht zum Glück eine ganze Weile. Genau, schieß da drauf, da levelst du schön ab. Oh, er wird verfolgt. Nicht so gut. Seh ich. So, die machen den den kaputt. Und da haben wir wieder etwas Gold. Damit können wir ruhig die beiden Sachen angreifen. Und ja, ich mache einfach mal Call to Arms, um den da oben zurückzurufen, bevor er das Dark Castle zerstört. Das wäre nämlich nicht so schön. Wenn das jetzt schon zerstören würde, während wir noch Creature Dance auf der Karte haben. So, wir haben zwei Level 1 Zauberer. Das ist auch noch nicht ganz so toll. Vor allem, weil drei von ihnen gerade einfach nur am Rasten sind. Gut, das waren... Achso, das da unten gibt es noch. Da sollten sie das auch noch schnell kaputt machen. Und dann sind wir eigentlich relativ sicher. Noch ein Guard House. Members, Visitors, ja. So, wir suchen. Hier und hier können wir ruhig die Visitors anlassen. Hier können wir uns auch noch die Helden alle anzeigen lassen. Na, jetzt reißen sie da oben endgültig das Dark Castle ein. Und es geht los. Die Vampire sind los. Wie unser Paladin hier als Fels in der Brandung rumsteht. Ja, den Krieger wird das gleich mal das Leben kosten. Und die Vampire sind auf dem Weg in unsere Stadt. Ja, ihr Live-Leach ist sehr anstrengend. Das war wieder ein Krieger. Na gut, den ersten Vampir sind wir schon mal los geworden. Und den zweiten auch. Und wir haben gewonnen. Yay. We are victorious, your majesty. Schön. We have defeated the Vampires. Ja. Das war die ganze Demo-Mission. Also nichts Besonderes. War halt eine Beginner-Mission. Aber wir haben sie... gemacht. Zurück zu den eigentlichen Missionen. Hier haben wir, was Advanced-Missionen angeht. Ja, nur noch Deal with the Demon. Elfen-Treachery. Und Quest for the Holy Sheilers. Nehmen wir erstmal die Mission, weil die beiden sind richtig nervig. Mal sehen, welche von denen ich dann noch nachher machen werde. Wahrscheinlich die Elfen-Treachery. Aber erst mal Holy Sheilers. Your majesty's recent illness has taken its toll on the people. Their grief for your suffering only increases with sad news that your condition does not improve. It should now be clear to all that dark magicks fuel this insidious ailment. I would not disturb your rest, were it not for some hopeful news. The trusted old wizard, Resenthal, told me of a relic. A chalice, containing incredible healing power. It is hidden somewhere in the realm. I implore you to send your heroes, scouring the land in search of this holy chalice. It may be the only thing, which can put an end to your illness. Wow, ich bin vergiftet worden, mehr oder weniger. Oder krank. Ja, da oben der Text. Und hier unten steht, ich soll den Gral innerhalb von 30 Tagen finden, sonst sterbe ich. Es gibt eine Paladin-Gilde hier irgendwo, die sollte ich finden. Und die Lairs in diesem Land sterben niemals. Sie werden nur für eine Weile verlassen. Das heißt, ich kann Lairs hier nicht zerstören, bis auf den Chalice Lair. Ja, das bringt mich nochmal mehr unter Zwang. Also gut. Oh, ich habe einen Fairground. Temple of Tormus. Rekrutieren wir gleich mal Mönche. Ähm, Blacksmith. Blacksmith unten. Oh, ich habe verdammt wenig Geld. Da ist ein Trading Post und da ist noch ein Trading Post. Ja, Vogue-Guild, Warrior-Guild, kann ich alles noch bauen? Oh, ich habe ein Trading Post und da ist noch ein Trading Post und da ist noch ein Trading Post und da ist noch ein Trading Post. Noch ist gerade mal Tag 1. Das ist gut. Majesty, the local Blacksmith offers new services. Ah. Your Majesty, shall we host a tournament now? Yup. Und zwar bitte ein gemischtes. Your Majesty, our new building is complete. Your Majesty, our new building is complete. Your Highness, we've improved the guardhouse. Okay, mein erster Außenposten schickt mir Geld. Ich hoffe, dass bald auch eine zweite Karawane vom zweiten Außenposten losgeschickt wird. Und wir kriegen noch eine Karawane mit sehr viel Geld. Wenn die Spinne da oben die Karawane nicht abfängt. Sovran, your marketplace now serves you better. Your Majesty, our new building is complete. Okay, die machen gerade, die nehmen gerade am Training teil. Und wir haben Geld, das heißt, wir können einen Paladin mal rekrutieren und noch einen Ranger. Okay, die Karawane wurde von der Spinne abgefangen. Da kommt aber zum Glück gleich noch ein, ne? Gut, ein Paladin. Und sehr viel Gold, was die Ranger gerade zusammen finden, suchen. Ja, wir sind schon bei Tag 3, das heißt, 10% unserer Zeit haben wir schon aufgebraucht. So, Mark-Tag ist in Arbeit. Er ist unterwegs, Geld einsammeln. Okay, was hat ihn getötet? Ah, wahrscheinlich die Ratten direkt vor der Nase. Sehr gut. Nächster Paladin. Und dann zwei Warveos, dass wir ausgeglichen sind. Fünfter Tag schon, das heißt, wir haben nur noch 25. So, erster Warrior, besseres Zeug hier. Mark-Tag. Oh, die haben aber gut viel Geld in ihren Koffern. So, vielleicht sollte ich dann demnächst mal umstellen. Wir sind noch auf Nahkampf. Lass uns noch meine Paladine und meine Warrior mal trainieren jetzt erstmal. So, du holst das Geld aus dem Marktplatz. Das heißt, ich werde den Marktplatz auf. Ich werde den Marktplatz auf, ja. Ich werde den Marktplatz ab. Okay.